also dass das linke wasser ist gold wasser colloidales gold colloidales golden rechts daneben das ganz normales wasser wenn jetzt hat mir der renny vor erzählt dass das durch goldwasser man den laserstrahl sieht so kann man gucken ob da nicht gelöstes gold ist es ja nicht mehr colloidie colloidie gut und jetzt im gegensatz das andere wasser ganz normales wasser das sieht man gar nichts drin dass ich mir keinen laserstrahl die colloidie dass er nimmt man auch musste destilliertes wasser dazu nehmen das ist das hier das wasser ist ganz leicht dass doch sehr durchsichtig das sieht man gar nichts ne du siehst du nichts das bleibt doch immer so das setzt sich nichts ab aber macht die blutbahnen schneller eventuell die nervenbahnen die nervenbahnen goldwasser also naja das ist jetzt die kombination von beiden sozusagen hier ist jetzt goldwasser drin und wenn die stories wirklich stimmen sollten was wir schon erfahrungen auf anderen planeten hätten was somit mal atmosphäre mit der zeit passieren kann und gold staub oder zumindest irgendwelche gold informationen da in der atmosphäre wären ist das angeblich gar nicht mal so schlecht für mutter natur na gut was zu beweisen wäre wir fangen jetzt hier jedenfalls mal an damit ja danke an klar kennt noch mal klent k klar klar weiß schon super wenn halt die dinger nämlich auf ebay gefunden hier 45 watt lüfter und da ist jetzt 3.0 schaltung dran bediene aber keine 3.0 erwicklung also ich habe drei drehte trifiler genommen habe sie verzwillt bin so auf 45 windungen pro stadt gekommen und habe die dann halt alles so nach bediene 3.0 art angeschlossen so und ich habe ja mitbekommen dass ihr euch auch ein paar von den lüftern geholt habt und machen meine kleine challenge mal wieder oder so ich starte nämlich mit also das ist jetzt nur mit 250 ohm widerstand da drücken wir hier um die 120 140 milliampere in die batterie rein die autobatterie wird das geladen sozusagen er dreht sich ja ziemlich schnell nehmen wir müssen ja ganz schön unterdruck erzeugen und ziehen tun wir um die 350 milliampere bei 12,1 12,2 volt ungefähr so noch nicht so berauschend gut dann machen wir mal den trick ein karpotty habe ich noch mit verbaut das drehe ich jetzt mal ganz hoch und dann ganz langsam wieder zurück also einmal vollkommen die andere richtung und dann so weit zurückdrehen dass er gerade noch läuft das müsste eigentlich passen so dann bin ich hier jetzt bei 120 milliampere und am eingang sind wir bei um die 150 milliampere 160 ok also 160 milliampere am eingang bei 12 volt an der autobatterie laden mit 120 milliampere und er dreht noch nebenbei so das sind erstmal die werte für euch wünsche euch viel spaß mit den impressionen in die 100 milliampere und herrn und der